Hey ihr Lieben, Fensterheber per Fernbedienung schließen ist einfacher wie gedacht. Ich bin der Philipp und willkommen zu diesem neuen Video. Die Fenster müssen natürlich vorher initialisiert bzw. angelernt werden, wie das geht. Nochmal oben rechts in der Infocard sowie Infobox verlinkt. Schaut euch das gerne nochmal an. Des Weiteren müssen alle vier Scheiben bzw. Fensterheber mit der Komfortausstattung ausgestattet sein. Und nun das Update zu dem gezeigten Video. Also ihr drückt zum einen die oder die Taste zum Verriegeln. Kurz, also normal das Fahrzeug verriegeln, könnt ihr ja aufdrücken, verriegelt. Und über die Taste Auto-Log, halt über schlüsselloses Zugangssystem, das Fahrzeug verriegelt. Und das bestätigt sich durch die Seitenblinker, die dann nochmals eine längere Zeit leuchten. So, jetzt das mit der Fernbedienung die Fenster schließen. Geht wie folgt. Eine der beiden Zutasten einfach gedrückt halten. Ich nehme jetzt mal Auto-Log, halte sie gedrückt. Fünf Sekunden ist das meistens. Und Fenster sind geschlossen. Nun nochmal kurz vor der Oma zu mitschreiben. Wenn das Fahrzeug bereits per Auto-Log oder per Fernbedienung verriegelt wurde, reicht diese Taste oder diese fünf Sekunden drücken. Und gedrückt halten vielmehr, bis diese Fenster geschlossen sind. Und wenn das Fahrzeug noch nicht verriegelt hat, erst kurz verschließen. Und dann gedrückt halten, so halt wie im vorherigen Video gezeigt. Das noch kurzer als Anmerkung, könnte ich euch mit dem Tipp wieder weiterhelfen. Gerne abonnieren, liken, gerne auch einen Kommentar schreiben. Bis dahin, euer Philipp.